hallo heute als maul nein jetzt nicht ihr sondern das walkie talkie was gerade angezeigt wurde ja ich habe gerade wegen der karte geguckt ob es da irgendwie bug fix gibt oder so es gibt ein patch aber ich mag ich jetzt nicht rauf ziehen weil eventuell vielleicht die slendermans die so schön die so schön ekelhaft aussehen dass die den weg sind deswegen mache ich das nicht weil es soll ja driver let's play creepy driver parallel lines sein und kein normales parallel lines deswegen müsste ich auch entschuldigen wenn ich ja in der gegend rum irre in der aufer karte und das wird sehr oft passieren dass er ja bei den schneiden wenn also werde euch da nicht so extrem auf die folter spannen und ich nehme mich sport war habe ich ja ich hab noch 400 kann ich vielleicht die farbe ändern nach lackieren kann ich haube machen die schwarzen machen schwarzen 20 20 haupt lackierung so sehr schon ja geil aus mit der schwarzen motorhaube und gold so ich weiß nicht ob ich den zu lassen so sieht ja ja auch extrem geil aus so auch auf jeden fall ich will mal gucken wie ich das so machen kann alter lass ich den ich glaube ich lasse den so ich kann noch nichts anderes machen schwarzen 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 kannst ich finde leistung 200 ok nitro schwarzen schwarzen kann ich nicht ich habe noch 140 aber ich gewinne das rennen noch und dann motze ich den richtig auf so ein bisschen und aufhängen und bremsen einstellbare federn da fielen mir 60 dollar scheiße ich meine ähm schade schwarzen manno das ist doch blöd Verdammt. Wo ist denn hier Scheiben? Getönte Scheiben? Kann ich das machen? Ja. Boah. Geil. Ah, jetzt hab ich noch 40. 540. Wobei ich das rendern und dann... Und wieder. Er speichert schon mal. Alter, kann man... Das kann man nicht wie bei GTA machen. Aber geil sieht er schon aus, auf jeden Fall. Kann ich vielleicht auch mal... Ausgewicht. Alter, wie geil das aussieht. Nein, nicht Unfall. Kein Unfall. Ich will keine Unfälle bauen. Weil das schaffe ich ohne Probleme hier. Das wird jetzt kein Problem. Weil der ist so schön wendig einfach. Gerade weil ich den Motor getunt hab und alles. Das geht nach vorne, Leute. Ich hab aber jetzt schon Vorsprung. Und das in der ersten Runde. Ja, man kann während des Fahrens auch ein Bierchen trinken. Im Spiel geht das. Im Real Life würde ich euch das überhaupt nicht empfehlen. Weil das sehr viele Unfälle verursachen kann. Also... Wieso kann? Das zersursacht sehr viele Unfälle. Wenn man alkoholisiert fährt. What the fuck? Ne, also... Das würde ich niemanden ans Herz legen. Niemanden. Guck mal, wie... Guck mal, wie viel Vorsprung ich schon wieder habe. Alter. Auf Mittel kriegt man doch noch mehr Geld, oder? Warte mal. Das muss ich gerade mal nochmal machen, gerade. Scheiße. Äh, alters. Scheiße. Will ja kack. Willkommen zurück. Ja, mein Spiel ist abgeschmiert. Das, äh, ja. Jetzt kann ich die nochmal tunen. Das, äh, jo. Hm. Ich bin begeistert. Echt. Das ist, äh... Hä? Ach ja, der hat das ja ges... Der hat das ja gespeichert. Na gut, den kann ich es tun ja lassen. Aber der hat ja gut, dass er gespeichert hat. Dann mache ich das mal auf Mittel. Weil da kriegt man mehr Preisgeld. Denke ich mal. Weil das, äh... Mittel. Wünscht mir Glück? Hm. Drei Runden. Okay. Was machen die denn nach vorne? Alter. Ah, nein. Nicht meine... Ah, meine Motorhaube. Meine schöne... Meine schöne Carbon-Motorhaube. In Anführungsstrichen. Ah, jetzt wird das schon schwieriger. Ah. Ah, jetzt wird das schon anspruchsvoller hier. Die Mittel ist schon echt schwieriger. Ich habe auch kein Nitro. Verdammt. Du blödes... Scheiße. Kann man es neu starten? Ja, ein Neustart. Genau. Mein Auto ist ja noch heil wieder, ne? Ja, gut. Puh. Eieieiei. Mein gut, es hat drei Runden, aber es... sah echt scheiße aus. Da bin ich ganz ehrlich. Oh, Alter. Wie gehen die denn ab? Ich will nämlich mal auf leicht spielen. Ihr wisst ja... Ihr habt das ja... Ihr habt das ja gesehen, wie es auf leicht war. Wie... Wie einfach das auch war. Und jetzt... Ja. Das ist so gelitten auch teilweise. Weil jetzt bin ich... Alter, ich bin fünfter? What the fuck? Alter, 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 Alter. Ihr wisst ja, die können einen auch umdrehen, wenn sie wollen. Ja, ich hab eben abgekürzt. Das darf man. Komischerweise. Alter! Du blödes... Alter, wie das Auto jetzt schon wieder aussieht. Und... Wer das noch gewinnen soll, dann... ...muss ich erst mal Finger ziehen. Zum einen. Zum anderen... ...darf ich hier nicht mehr so viele Unfälle machen. Naja, gut. Da haben die anderen Fahrer dran schuld. Oder die anderen Slendermans. Oder die anderen Slendermans. Sind ja Slendermans. Und, ähm... Ja. Ah, ist das schwierig. Krieg mir von der Pelle. Alter. Ah, dass man hier nicht zurückblicken kann auch. Das ist echt blöd. Das ist ein kleiner Nachteil. Ah, ein dritter. Ich hab die dritten. Ah, ah. Die kann man wieder... Die kann man ganz gut abkürzen. Das finde ich gut. Ich hab die zweite. Zweite ist gut. Ich fahr in der Runde gerade. Das wird schwierig. Oh, der schleudert jetzt gerade. Das ist echt blöd. Warum? Das macht der sonst nicht. Oh, der fahr einfach zu blöd. Kann auch sein. Obwohl, jetzt geht's. Jetzt geht das. Jetzt ist alles kein Problem. Alles kein Problem. Das war schlecht. Das hier ein bisschen besser. Ein bisschen vorspielen. Freut mich. Yay, letzte Runde. Und noch ein Ziel fahren. Und dann... Hab ich... Kann ich mein Auto jetzt wieder reparieren? Mann. Tausend. Yay. Schwierig. Echt. Hm? Bitte was? Ein Bonsai Racer? Da muss ich doch gleich mal nachgucken. Das ist ja mal geil. Alter. Ich weiß mal, welchen reparieren. 200. Kein Problem. Bonsai Racer? Racer... Es... Ren... Hm. Alter. Der sieht schon mal nicht schlecht aus. Hm. Den werde ich jetzt mal Nitro verpassen hier. Da ist so, ne, Nitro, nein, nicht Lackierung, nein, Karosserie, Karosserie geht auch. Oh, Alter, die Felden. Digger. Wie kostet das? 1000? Wie kann man denn, ach da, nur noch das Einspritzkid, 500, ja, 300, 400, hey, 200, ja, ja, 20 Sekunden, das ging ins Auge gerade, oh ja, das ist ja, 140, 300, ist das dein Ernst? 150, mir fehlen echt 10 Dollar, ist das dein Ernst? Alter, gut, dann werde ich jetzt mal das Auto wechseln. Serienfahrzeug, nein, Maske, Karosserie, ja, was nehmen wir denn da? 2 Türkelemo, Rhapsody? Hm. 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 Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Regina. Wir haben sie. Nimm wir doch! Ähm. Ist das dein Ernst, wieso? Ähm. Wäre das jetzt keine schwarze Motorhaube, wäre das meine. Alter, deine Arme, Alter, die Arme, ne? Alter. Alter, wenn der läuft, seine Arme, ey, ganz ehrlich, das ist so ekelhaft. Den werde ich auch erst mal einlagern. Nein, Leute, ich drücke mich jetzt nicht vor Missionen machen. Weil das sollte ich jetzt auch noch machen, die nächste Zeit. Quietsch. Oh, ich muss niesen. Oh. Oh, Entschuldigung. Das tut mir leid. So. Einlagern. Ja. Oh, jetzt fäng ich mir wieder den. Was? Doch, kein. Regina, genau. Ähm. So. So. Der steht ja immer noch der Grüne. Das ist ja doll. Ah. Ach, der Fall zeigt schon, wo ich hin muss. Okay. Ach. De. Möbidi, 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 Möbidi. Däh, 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 däh. Oh. Ich will hier keinen Überfahren. Aua. Aua. Aua, au, 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 au. Wie blöd. Das kostet doch alles, die zu reparieren. Warte, die Leute, die immer im Auto sind und rum rumspasten. Das ist mir so ekelhaft. Warte. Ja, sorry, wenn das laggt. Wie schon gesagt, das liegt nicht an mir, das liegt am Spiel. Ich warte mal. Ich musste gerade wegen dem Bullen warten. Oh, das kann dann vorkommen. Scheiß Straßen sind immer so voll hier. Meine Fresse. Die Straßen sind ja bald so voll, wie ich mache manchen Tagen. Ich weiß, die sind jetzt auch Bullen gerade. Ich muss warten, sorry, weil ich will kein Fahndungslevel kriegen. Das wäre blöd. Hier Bullen, Prost! Alkohol am Steuer. Da sagen die wenigsten nix. Wegen Alkohol am Steuer, weißt du. Obwohl ich da... Obwohl ich da ne... Obwohl ich... Ihhh! Ihhh, der Motorradfahrer! Boah! Obwohl ich da... Ähm... Ja. Obwohl das da eindeutig war gerade. Du musst mir so'n Affen vom Hals halten. Der Typ hat seine Karre in Queens stehen. Schnapp dir sein Auto und richtig... Achso, ich soll mit seinem Auto jetzt, ähm... Schaden anrichten. Also, Polizei auf mich hetzen und dann entkommen. Und den Wagen da wieder parken und dann... Ich bin von Ackermach. Ihhh, wie da... Die Arme. Ihhh! Boah! Alter! Wie ekelhaft. Der hat ein schönes Auto. Wenn du ein leeres Auto stielst, lassen dich die Cops in Frieden. Weiter mit G. Wenn sie dich beim Autoklausch sehen, wirst du verfolgt. Nicht das Auto. Weiter mit G. Geh. Erik, Aufmerksamkeit. Durch deinen Fahrstil. Die Cops wissen nicht, wer fährt. Also wird das Auto verfolgt. Nicht du. Weiter mit G. Jetzt können wir mal wieder die Sau rauslassen hier. Ähm, G. Klar. Wenn die Cops dich sehen, bist du dran. Weiter mit G. Wo sind die Bullen, wenn man sie braucht? Wieso? Der steht doch in der Ecke. Was geht? Der steht sogar genau da, wo er letztens stande. Bam. Die Cops verfolgen dich. Wenn sie die verfolgen, beginnt die Minikarte anzublinken. Also ist bei der Minikarte der Blinke aktiviert. Also die Minikarte da unten quasi. Ich weiß, ich zeige auf meinen Cock gerade, aber ich meine die Minikarte, nicht meinen Penis. Ähm, ja. Weiter geht's. Ähm, G. Da. So. Aua. Ich muss weg. Tschüss. Ich drehe mal eine Runde um den Block. Wo sind die Bullen, wenn man sie braucht? Frag doch nicht erst, meine Fresse. Jetzt haben die mich schon wieder. Hängen die Cops an und bringen das... Ja, leck mich doch am Sarg. Ich weiß, wo ich das hinbringen muss. Meine Herren. Boah, leck mich am Sarg, Alter. Scheiße, mein Fahrstil musst du besser werden. Nicht der Typ ist stur, aber ich bin stur mit dem Fahrstil hier. Alter. Baaaaaann. Scheiße, Bruder, ne? Das ist ja unfassbar. Passbar. So. Wie der aussieht. Die Polizisten. Der war... Alter. I. Baa. Sorry. 4H... 440H-Waffe verfügbar. Oh ja, das ist gut. 7 Schuss. Was? Ich hab noch... Mit der anderen hab ich... 900... 9... Was? Warum? Ich hab nix gecheatet. Eigentlich ist man das... Eigentlich hat man die... Muni nur... bei der Mission. Sorry, darauf muss ich erst mal auf Klo. Bis gleich. Ich hab noch mal. Vielen Dank.